Ah, da ist das andere Zeichen. Da ist so ein Kringel mit Kreuz oben dran. Okay. Kringel mit Kreuz. Kringel. Kringel mit Kreuz. Kringel. Da ist der Kringel mit Kreuz. Wir könnten jetzt hier unten links das Ding komplett durchdrehen und warten, bis es Klick macht. Ich guck erstmal, was hier in dem Buch ist. Oh, guck mal. Nochmal ein Rätsel, oder? Ein Schlüssel. Ein Schlüssel scheint, als wäre er zum Aufziehen eines Uhrwerks. Kann man das... So. 11. Februar. Meine... Das ist sehr klein. Äh, meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich... Das hatten wir doch schon mal. Eins von sieben. Spökes. Hm. Hm. Achso, wir haben ja diesen Schlüssel. Irgendwas aufziehen. Passt das hier rein? Ne, das ist so ein richtiger Schlüssel. Eine Platte mit einem Schlüsselloch. Dann vielleicht... Doch, hier... Da. Oder? Das sieht aber nicht so aus, ob das da reinpasst. Hallo? Das sieht so aus, ob man den wegklappen kann. Hm. Aber vielleicht muss ich den noch mit irgendwas kombinieren, damit ich den benutzen kann. Okay. Hm. Gut, ich würde sagen, wir drehen das einfach mal durch hier mit den Symbolen, bis es Klick macht. Ich weiß aber nicht, wo wir das andere finden. Das andere Symbol, das hier. Aber passt schon. Ein schwerer, gusseisender Schlüssel. Da kann man auch so nichts mitmachen. Na gut. Kann man hier noch irgendwie was drehen? Drücken? Abbrechen? So, so ein merkwürdiger Schlüssel. Passt aber auch irgendwo nirgendwo rein. Ne, das ist nach außen. Das ist doch kacke. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas so? Können wir hier noch irgendwas sehen? Ja, das haben wir ja schon. Ach, guck mal, da wäre das Zeichen gewesen, alles klar. Ne. Ich kann den hier auch nirgendwo irgendwie benutzen. Was ist das? Da ist eine Tür. Mach das auf. Du kannst doch hier mit den Fingernägeln reinkrapschen. Da ist auch noch eine Tür. Das sieht aus wie ein Aufzugsmechanismus, aber es sollte eine Art Schlüssel geben. Den haben wir hier. Da. Kriege ich das jetzt auf? Ne. Tja, wo müssen wir den Schlüssel einsetzen? Ich habe hier bisher noch nirgendwo so ein riesiges Schlüsselloch gesehen. Hm. 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 Eine Platte mit einem Zahnrad-Symbol scheint sich nicht zu bewegen. Also langsam. Miniatur-Fernrohr. Da war auf der anderen Seite auch noch so ein... Ne, das sieht anders aus. Okay, kann man das... Das muss man wahrscheinlich erst mal so... So. Jetzt kann man das wahrscheinlich einsetzen. Ah. Ich habe den Eindruck, als hätte ich noch nicht alles gesehen. Ob ich mit dem Okular wohl etwas erkennen kann? Etwas anderes wahrscheinlich. Trial. Trial. Oh. Nochmal so ein... Wie ist das auch alles? Oh, wunderschön. Trial. Das muss... Haben wir irgendwo... Ich muss mal gucken, ob wir irgendwo... Ein L. Eine Messingplatte mit dem Buchstaben L. Ob wir hier irgendwo was zum Einstellen haben mit Buchstaben? Moment. Erstmal hier mit dem Okular reingucken. Ne, ist nichts drin. Buchstaben. Buchstaben. T... Tr... R... Riii... Iiii... Ja... L. Eines der Siegel hat sich geöffnet. Noch zwei, dann habe ich es. Yay. Wir haben immer noch diesen merkwürdigen... Ach, der kommt bestimmt hier rein. Diesen merkwürdigen Schlüssel. Oder auch nicht. Was ist das? Was ist das? Das ist auf jeden Fall, um hier zu benutzen, aber ich kann ihn nicht benutzen. Warum kann ich den nicht benutzen? Na gut, da müssen wir mal weiter gucken. Da ist noch ein Zettelchen. Achte Mai. Macalester hat die Abdrücke aus Ägypten hergebracht. Das Grundmuster setzt sich fort. Die Tibeter nennen das Null-Element Raum. Nee, das wird anders ausgesprochen. Die Tibeter nennen das Null-Element Raum. Warum? So... noch behaupten all das sei törichter aber glaube sobald das erste destillat in händen halt sobald ich das erste destillat in den händen halte werden sie mir glauben davor es ist die zahl der skeptiker um eins gestiegen mccallister hat mir die zusammenarbeit angekündigt zwei von sieben fünf zwei noch mal fünf und zwei was das ist ein stellrad eines safes aber es fehlen fehlt ein teil haben wir hier noch was was ist das geht das kriege ich nicht kastorfieber hallo ja steckt das fette ding in das kleine loch rein wird schon schief geht okay das kriege ich nicht auf das ist schade oder ist er hierfür ja das ist hierfür die form stimmt aber das doch ist nicht groß genug so jetzt stehe ich moment da kann man was schieben oben das war mir klar Warum leuchtet das? Warum leuchtet das? Ach, weil die aufrecht stehen, oder was? Ein Schlüsselloch, ein Schlüsselloch, ein Schlüsselloch, kann man das da reinstecken? Ja! Guck dir mal den Ömmes an, ey! Den muss man jetzt wahrscheinlich einmal drehen und dann geht der da rein. Bäm! Noch ein Schlüssel. Ein kleiner Kastenschlüssel. Wahrscheinlich, weil er hier aus dem Kasten kommt. Kann man... Kann man den denn hier reinstecken? Ja! Ein Stern! Ein lackierter Messingstern. Der geht bestimmt oben in das Ding rein. Macht die Tür zu... Oh. Was ist das denn? Ähm, wo war der Stern? Da! 21. Juni. Merke dir dieses Datum. Es ist das wichtigste Datum der Menschheitsgeschichte. Ich habe es vollbracht. Ein menschliches Subjekt war vonnöten. Der Katalysator war mein eigenes Dasein. Von meinem Studien ermüdet betrat ich die Kammer, ohne zuvor den Mechanismus auszuschalten. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, war es geschafft. Das Nullelement ist überwältigend. Es ist weder Energie noch Materie. Ich bin... ...bei seiner Untersuchung schon weit gekommen. Insbesondere bei seiner Berechnung... ...bei seiner Brechung des Lichts. Ab heute Abend... ...heute Abend öffne ich den Wein. 3 von 7. Das erste ist sehr... ...komisch. Achso. Das... Erstmal mal hier gucken. Ist nix. So. Was haben wir hier? Wir haben Ritter. Der Ritter kommt. Oh, guck mal. Ein Messerring mit Markierung auf der Seite. Das sieht so aus, ob das zu dem Tresor passt. Was ist das? Oh, das kann man drehen. Und dem fehlt hier auf jeden Fall was. Na gut. Moment, kann man noch mit dem Ding hier was machen? Dann müssen wir wahrscheinlich hier jetzt zurück hier hin. Ich glaube, das war schon vorher so. Mit Niveau ist ja sowieso immer ein bisschen... ...